Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir in Notruf Hamburg. Ich bin in einem Festival. Wir probieren nicht gecatcht zu werden. Das ist ein. Wir werden zwei Fahrzeuge fahren. Wir probieren, wie viel Geld kriegen wir als Wanted Player für eine halbe Stunde. Und dann vielleicht im Livestream, was bald kommen wird. Das seht ihr im Fanhaus. Wenn es genau kommt, wie viel man den ganzen Stream kriegt. Also wir streamen schon so drei, vier, fünf Stunden. Das schauen wir mal an. Wir werden alles ausrauben. Wir fangen am besten an mit dem schwersten. Ich muss einmal kurz noch was testen, bevor ich das komplett starte. Weil ich habe einen Timer gestellt. Das heißt, es klingelt. Ich hoffe, ich werde auch nicht erschossen oder gecatcht. Das ist die große Herausforderung. Nicht bewusstlos geschossen zu werden oder so. Aber mit dem BMW kommt man hier durch. Mit dem BMW M5. Dann müssen wir mit dem Quad fahren. Das heißt, es werden drei Fahrzeuge. Ich habe ein bisschen Off-Video. 12k mit NF und Pool. Wir beginnen am Hafen. Wenn ich die Bombe kaufe und dann... Ich schaue erstmal, ob die beiden offen sind oder nicht. Dann schaue ich, ob der Händler einen hat. Ich muss aber da vorne... Da... ... Ich tue so, als ob ich wollte bin. ich habe kein bock jetzt also wir haben auf jeden fall ein vito der spam stop sticks ist meine höchste herausforderung jetzt zu schlattern der kann mich ruhig festnehmen wir sind zb ich brauche auf jeden fall 4 energy und 4 kekse wenn er immer laut und benutze ich die kekse über die 10 hp dann geht es ab zum wir werden natürlich alles verkaufen also kekse und so allem wieder drum und dran was noch übrig bleibt das wird natürlich mitgezählt ich schaue jetzt erst mal ob die container ausraum kommen der holzbrettung sind und schon ob da eine bombe hat ich hoffe 2 verbunden um ich positioniere mich am besten ich weiß nicht ich versuche 2 auszurauben ich beginne mit den gelben dann mit den dings versuche ab zu hauen ich werde sowas positiv machen oder was ich habe eine bessere dinge da waren die klasse ich werde mich hier positionieren natürlich trinke ich die energie die klasse geht es geht der trat ausgebaut du blödes signal ich glaube ich hier hinzum ich weiß nicht ob das schon länger war aber ich glaube er hat schon ausgerut Es war ja ein Copter, ich weiß nicht, ob der schon da war oder nicht, ich hoffe nicht. Oh, der raubt geradeaus, wie lieb. Oh, der raubt geradeaus. Oh, der raubt geradeaus. Oh, der raubt geradeaus. Oh, der raubt geradeaus. Jetzt funktioniert es im Moment. Oh, der raubt geradeaus. 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 Mal schauen, ob das so passt. Ja, passt jetzt hier. Ja, passt dann. Kann man hier machen. Abschalten. Unruhen, einfach nicht. reicht nicht scheiße ich hab das ja abgeschrieben ich weiß dass es im kopf ist ne ist kein kopf so wir gehen jetzt rüber weil das wird ein bisschen dumm auszurauben essika verfolgt mich er ist nicht nach mir ist und ich glaube ich gab es nicht schutz feier ja genau ich als erstes ich als erstes wisst ihr das ist eben dumm das ist es eben wenn wir machen es einfach anders wie lang bin ich im knast ist 3 Minuten 3 Minuten ich hätte das halbe Stunde kommt man schon wieviel wir dort verdienen das ist immer das doofe davon Obst, das solltet ihr eigentlich nicht sehen. Ich wollte eigentlich OBS holen. Und zwar brauche ich einen Hotkey und zwar... Ah ne brauche ich nicht. Egal. Ja, dann sehen wir uns in zwei Minuten wieder. Bild ist gleich. So, das sind wir wieder. Jetzt eine halbe Stunde als Score. Die ist ein bisschen schade. Ich rief erst mal alles. Bank. Wir haben den M5. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war doof. Ich weiß, wo er ist wahrscheinlich. Oh ne, das ist noch ein Korbwäscher. Schuss, Feuer, Schuss, Feuer. Schwarzer Porsche. Geht das mal durch. Schwarzer Porsche, Black Porsche. Ich hab mir den Sniper geschossen, auf den Grund, weil die mehr Schaden macht und auf dem Auto auch. Weil die haben drei Sterne. Fahr doch rückwärts, mein Gott. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Alter, sein Scheißfeuer. Ich weiß, wo er ist. 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 Wir sehen uns, wenn ich am Pidi bin. So. Da bin ich wieder. Ich hab kurz die Schicht beendet und wieder neu. so schnell. Okay, wir nehmen die Geklossen. Weil die kann über Schienen fahren. ist das einzige nutzliche was man für die schien benutzen kann es fährt nicht so schnell aber es lohnt sich das können wir auch noch zeigen ich muss sowieso zünden dann gehen wir über den hafen ja das kann er nicht weißt du aber alter ich hasse das ich kann auch nicht rückwärts von ihm da hat sich erledigt dann starte ich jetzt während dem timer weil es könnte jederzeit die muten kommen ja für sowas ist nicht wenn es mal mit da ist so ja im portion das ne Aber über die Schienen fahren kann er oder was? Nicht mit mir. Ich habe mich mit dem Schienen. Ich habe mich mit dem Schienen. Ich habe mich mit dem Schienen. Ja, schon over. Das ist das doofe an der G-Klasse. Die hat eine scheiß Lenkung und die ist... Langsam. Dann machen wir es eben anders. Das ist das doofe an der G-Klasse. Das ist das doofe an der G-Klasse. Das ist das doofe an der G-Klasse. Nee, der Fahrer ist nicht wartet, aber der Beifahrer. Das ist das doofe an der G-Klasse. Das war... Ich lege... ... ... ... ... und Vielen Dank. 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 Wir machen es immer anders. Vielen Dank. Das Ding ist, beim Tankstellenraub kann man maximal 3-4 Minuten einen Raub, bzw. jemand verfolgt, dass er dann wieder antwortet. So, ich würde es so machen. Beim Juve, als wäre es jetzt öfters. Beim Juve, als wenn jetzt öfters wahrscheinlich Junge gehen. Warte mal. Warte mal. Okay. Okay. Ja. 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 gibt es ja 30, so wie eine versuchte Festnahme, ich hoffe die sind immer noch da, also ich habe die mit vollkarauere weg gerammt, dass mindestens der Fahrer nicht das ist ja nicht, dass die nicht abholen können, aber das ging mir schon tierisch auf den Tja, man hätte das Versteck fürs Besprechen ein bisschen woanders besprechen sollen Tja, damit haben die gar nicht geahnt Das wird mit dem Arbeitsplatz, wenn das Auto abbedürt, das mit dem Fahrer nicht gespielt hat, aber das k governments, die Luftskraft abholt sich mit den Bekästern und die Luftskraft abholt sich mit den Fahrern wieder Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vergiss es. Vielen Dank. 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 Gar nicht so schlecht. Wer so schnell fährt. Ja. 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 Das ist der... Was ist das... Ja. Ja. Und... Ja. 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 das ding ist wenn er jetzt lieben würde oder neue job das aus neues bauen hat er immer noch platten so so praktisch hier so ein Und jetzt warten wir. Also wir warten jetzt bis der Cessor kommt. Mal schauen ob der kommt. Muss natürlich direkt los sein. B gedrückt halten, Motor und direkt gleichzeitig und D dritten. Die kann man durch die Kamera schauen. Okay. Okay. Hmm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Joooooo weil da war auch der weiße tesla ja 10 XP und ich habe 20 XP. Heißt ich hab 10 CP. Oh mein Gott bin ich dumm. Ich hab 29 Stunden. Ne 19. Ich hab 30 Stunden. 3 Minuten haben wir noch. Ich bin jetzt schon 48 Minuten da. Oh. Es gibt keine Kameras mehr. Für Haftmann-Demo. Ich bekomme das. Es gibt keine Kameras mehr. Es gibt keine Kameras mehr. Ich bin jetzt schon 50 Minuten. Ich hab 20 Stunden. Ich hab 20 Stunden. Ja. Ich hab 20 Stunden. Deine Jenny. Es gibt keinen Daumen. Ich hab 20 Stunden. Vielen Dank. 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 6,8. Das heißt, wir haben jetzt 8000... Wir haben 8000... Oh, im... Und... ... 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 das hier machen, so, den hier, das 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 hier Sie sehen, wir sehen, dass wir ein Video sehen. Ich könnte ihm noch keinen Blassen schnüren. Oh mein Gott, der hat mich gesehen. Also ich hab 5 Sterne. Was hab ich denn? 5 Sterne? Nur für sowas gerade? Oh. Oh, verkackt. So, da gehen wir einmal kurz noch tanken. Und dann war's das noch mit dem Video. Ähm. Ich glaub ich weiß wer. Oh, sogar der eine, der andere auch noch. Ich hoffe. Oh mein Gott. Äh, obwohl ich hoffe ich auch. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lass ein Like und Auge da. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ähm. Ähm. Ist das ein Korb? Seht doch nicht. Dann fass es nicht hier. Ich hoffe es nicht.